hallo und herzlich willkommen zurück zu fallout 3 ja wir haben in der letzten folge eine schöne neue waffe konstruiert die pfeilpistole ich leg die mir gerade auch hinlegen auf der nummer sieben gewesen egal das scharfschützengewehr was hatte ich auf der 1 röst die 2 war die am flinte da kommt jetzt mal die pfeilpistole hin 3 bleibt hier bleibt 5 bleibt 6 ist das chinesische gewehr kampflinte kommt jetzt auf die 8 weil die so kaputt ist dass ich sie kaum mehr benutzen kann schauen wir noch gleich mal die waffe an schick schick und wahrscheinlich auch ziemlich leise oder ausprobieren so eigentlich schon nicht schlecht beim die extra funktion die haben wir ganz gut gefallen hier dieses rechtes bein link ist bei minus 1000 acht trefferpunkte pro sekunde über acht sekunden also das macht schon schon einen druck würde ich sagen gut erst mal wegstecken so und jetzt muss ich wieder aussortieren was ich nicht mitholen will oder nicht brauche dann brauche ich auch batman batman laser giftrösen kann auch mal hier bleiben wird etwas mehr hier lassen als üblicherweise denn ich hoffe ja dass ich dann auch irgendwann einen nutzen für den ganzen kram finde indem ich das dann weiter verbauen kann jeder gürtel noch handbremse natürlich power rüstungen beim alle vier teile hier spielt sich auto staubsauger da brauche ich noch die laub gebläse es bleibt dreimal hier wunderkleber noch zwei stück er weiß wofür ich brauchen kann wie endet so den rest gehen wir verkaufen ich gehe auch schnell bei meiner apotheke vorbei vielleicht habe ich auch schon was fertig gebraut verletzte körperteile heilen davon habe ich mit sichert mehr als genug lebenspunkte wiederherstellen und 9 bin wenig entgiften sehr schön ja ich weiß geht mir genauso und ich auch mich immer wieder gesund und wurde halten im spiegel dann in dem fall wieder zu sehen ich wünschte es gäbe mehr leute wie sie auf der welt dass sie das hier annehmen ich hoffe dass es ihnen immer schutz bieten kann ja natürlich nehme ich doch was ich im gegenzug für sie tun kann und redx nicht schlecht habe ich zu recht viel von brauche ich normalerweise nicht benutze ich auch viel zu selten so was aber besten dank ich nehme es gern wie nützlich ist es doch wenn man ein guter kerl ist das würde ich gern ausprobieren da mal einbrechen aber das mache ich nicht am helllichten tag nicht wenn man mich ganz einfach dabei sehen kann das salon salon da fällt mir was ein könnte in den salon reingehen und gott noch mal handeln wenn mich immer ein bisschen geld übrig macht normalerweise auch die besseren preise hallo gott schön sie wieder zu sehen braucht ich brauche einen drink na klar doch im weg er hat wirklich geld im text was kann ich los werden maschinenpistole weg die alte grundsiedeliger dann auch weg dann verdammt die marken hätte ich doch eigentlich auch weglegen können ist egal wird man leer geballert was ich so angehäuft habe was kann ich ihm noch verkaufen ach der kann dass wir schon gleich bezahlen die kleinkaliber pistole kann aber dafür weg er hat jetzt schon sein geld das ist nicht gut sehr gut macht jede ich auch dann egal die verkaufe ich jetzt einfach hätte ich auch im schrank liegen lassen können bestimmt brauche ich die auch noch mal ich bin ganz wichtig hatte sturmgewehr noch noch zwei schachteln zigaretten was muss es gewesen sein er hat ein schnapsdrossel nicht schlagen sei froh dass ich so ein friedfertiger mensch bin alles andere kostet was januar habe ich schon verstanden maggie eine maggie die zu ich weiß mehr wem gehört aber nicht so wichtig hier ist die gute meure tag heute weiß ja auch zum billy creel gehört sie normalerweise und zu dir wollte ich was denn hätte ein bisschen altmetall kannst alles haben in ordnung lassen sie mich ihnen ihre kornkorken geben dankeschön noch mal wieder los wieder an die arbeit genau wie du immer arbeiten immer fleißig ich hoffe immer wieder hier per zufalt an jemanden zu sehen dessen namen mich noch nicht gesehen hatte beziehungsweise deinen namen hat aber irgendwie werde ich da enttäuscht so wir wollen mal ganz schnell über die karte reisen linke memorial wohnung war muss abwasser kanal allerdings dann wo hat sie gesagt muss ich hin aufgaben moira aufgaben schiff untersuchen das ding aktivieren wir mal genau querfeld ein gibt es dann markierung auf der karte da gibt es so noch mal zeit dass wir den jungen jetzt endlich wieder nach hause schicken also sein zu seinem neuen zu hause endlich ewig hier nirgendwo leben hallo junge bist du hier oder bist du in einem anderen versteck oder ist so völlig besinnungslos durch die ortschaft aber letzteres nein er ist tatsächlich hier ich hoffe sie haben ein zuhause für mich gefunden doch klein wer hat gesagt sie nimmt dich auf sie haben sie tatsächlich gefunden ich bin ihnen ja so dankbar ich kann kaum glauben was sie alles für mich getan haben die meisten leute wären einfach weitergegangen wenn ich heulend auf sie zugerannt wäre ich packe meinen krempel zusammen und bin dann sofort weg besuchen sie mich mal irgendwann sehr schön der junge ist jetzt glücklich er hat jetzt nach hause gehen was wollen wir noch machen wir haben ja noch genug aufgaben offen hinterher um unterred war memorial das ist um unterred war memorial das ist das ist jetzt das nächste ziel befindet sich in der richtung der gucken wir mal auf der karte ob wir mal schnell hinkommen wir können auf jeden fall zu williams morf gehen wer bist du denn noch mal oma sparkle hallo schon wieder sind sie jetzt an einem tausch handel interessiert ich möchte handeln wir brauchen ständig kugeln es sind fast hundert kugeln nötig um einen quali zu töten ja sie hat eigentlich nichts besonderes nichts interessantes bei sich also vielleicht ja vielleicht weiß ich noch nicht weil bei der ausbeute die ich bei dir machen kann das bin ich nicht glücklich so osten irgendwo im osten ist es dann wollen wir mal der straße folgen die andere straßenseite über die brücke hinübergehen auf die andere flussseite straßen wird das ja quatsch verdammt habe ich aber echt geträumt ja gut jetzt ist die ganze straße frei kein wunder ich habe auch alle minen hochgehen lassen hier reich werden können ich sage euch reich ich habe hier schön gepennt das ist das memorial ja tatsächlich wollen wir mal sehen ob wir da drin rumschleichen können auch wenn ich das ding platzieren muss macht es nicht gerne bei einem nicht laut ich kann schon wieder nicht lassen muss wieder alles haben 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 ja gut das wird dem nicht töten wird nicht klappen auch nicht runter nicht runter da bist du ja endlich er scheint nicht so stark von den sachen betroffen zu sein und nein noch einer kämpfe schade ich habe echt gedacht die waffe wäre wirkungsvoller enttäuschend ist das schon auch 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 Also gegen Meier-Lurks sind sie nicht so effektiv, die Waffen, also diese Giftpistole. Ich glaube, das ist eher so ein Man-Stopper. In diesem Fall heißt Man-Human. Ja, ich weiß, ich habe es nicht geschafft, ohne Töten durchzukommen, aber das ist mir auch egal. Das war Bestand eigentlich auch keine große Möglichkeit, ohne Töten durchzukommen. Laubgebläse! Ha! Und schon habe ich das Teil. Natürlich kann ich es immer noch nicht bauen, weil ich die anderen Sachen zu Hause gelassen habe. Aber ich habe alles beisammen. Sehr schön. Hallo, Öl-Sender! Ich glaube, das ist kein guter Ort, um sich einfach so hinzulegen und auszurufen. Das hast du jetzt aber auch schon festgestellt, was? Ich habe ein paar Kronkrocken. Spielzeugauto. Ja, die schwersten Sachen, die man finden kann, kriege ich natürlich wieder hier aufgebrummt. Wunderbar. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe gedacht, ich hätte da jetzt einen Comic liegen gesehen, also so einen Rocknack. Das macht die Halluzination mit einem. Du trickst einen einfach so aus. Hier haben wir alles. Hier oben ist nichts mehr. Das heißt, ich müsste gleich irgendwo runterlaufen. Da vorne ist dann auch die Möglichkeit zum runterlaufen. Ja! Verkaufsautomat! Leere Spinde! Super! Wenn wir nachher noch ins Lager gehen. Ist doch schön. Hm. Den kann man hacken. Das ist ja toll. Wenn ich auch gleich mal ausnutzen. mal hacken. Einmal hacken, bitte. Da haben wir noch was. Ah, schon alles fertig. Präsentet. Das ist natürlich dann unser Lösungswort. Wenn es noch eins gibt, kann es auch nicht mehr falsch sein. Backup-Generator einschalten. Sicherheits- als Nice-Safe-Aufschluss, ne? Ed, denk daran. Ich habe mir mit diesem Geheimversteck, äh... Ich habe mir dieses Geheimversteck ausgedacht, damit du es findest. Ich vertraue niemandem, besonders keinem, der für mich arbeitet. Du bist auf dich allein gestellt. Ich habe die Lagertür in der Nähe des Hintereingangs zertrümmert. In der Klinik findest du einen Boden-Safe, der alle Teile enthält, um die kaputte Tür zu reparieren. Außerdem findest du ein Reparaturhandbuch, falls du aus der Übung bist. Aber du kannst ja mit deinem Schraubenschlüssel umgehen. Da habe ich keine Bedenken. Mach dich auf den Weg. Das ist interessant. Backup-Generator einschalten. Okay. Wasserbehandlungssystem initialisieren. Toller Systemausfall. Gut, da können wir nichts machen. Aber das andere war schon interessant. Es gibt eine Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Spudgen. Zungebox. Pfeile. Noch mehr Pfeile. Schön. Bezirkauto. victory. Raubenschlüssel. Das ist wahrscheinlich Ted gewesen. Der ist hier nicht mehr zum, der ist hier nicht mehr zum, der ist hier nicht mehr ... den vereinbarten Platz geschafft hat. Hm. Lootpack. Ledergürtel. OP-Schlauch. Die sind immer ganz wichtig, stelle ich gerade fest. Lootpack. Off-heimerskop, keine Ahnung. Ich nimm es mit. Man kann es nie wissen. Knochensäge eher nicht. OP-Schlauch, OP-Schlauch, OP-Schlauch. Leitschrift. Medizin. Lederrüstung, OP-Schlauch. Jetzt finde ich die Dinger. Vorher habe ich sie gesucht und besucht. Ewigkeiten. Der Gürtel. unten ist auch der safe kalpel und knochensäge was haben wir da noch ein paar zwerge stützbandagen die sind mir zu schwer und wieder gut ist eigentlich auch nicht so interessant mal so drüber nachdenkt mehrere lackierpistolen dienst buch der elektronik dem tag und ihr bestandteil ist sehr schön das lese ich mir doch gleich mal durch dienst buch der elektronik darf ich mich durchlesen das ist viel zu wertvoll das verkaufe ich weil ich bin ja schon hätte drin medizin kann ich aber noch lernen der woll das hat sich wieder gelohnt sehr schön ich freue mich immer wenn das klappt man mag es mir nicht immer ansehen aber ich freue mich wirklich wo auch immer dort mit jetzt gerade hingelaufen ist da ok warte doch nicht ich helfe hier noch nicht meine erfahrungspunkte dafür gut ich bleibe erst mal hier unten suche alles unten ab und dann kann ich aufgehen auch toll im zwischendeck das heißt es geht rauf und runter das ist immer äußerst wünschung jeder mal zur seite bitte machen wir erst mal hier oben weiter geht noch weiter also machen wir unten weiter ist das ein hin und her wir sollen ja irgendwo eine seite finden oder einen anfang finden damit wir auch nicht allzu viel verpassen dieser person hat echt keinen effekt auf den feind wüsste da was das hätte vielleicht noch ein paar stimpack einwerfen oder besser sachen mit gewicht gut packs und noch drei ja sehr schön wenn ich jetzt ganz unten bedingt nicht mehr viel weiter runter das aber bedeutet ich kann gleich meinen auftrag erfüllen und diese das brotnest hier einfach mal mit der anlage hier also mit dem observations gerät rein stopfen hilfe ich komme hier nicht mehr raus ach so da hinten mit der anlage hier schon wieder völlig woanders ich denke ich hätte ich in ruhe lassen sollen aber das kann ich jetzt nicht mehr auch ein ofen ja schönste impact na gut so lange dort nicht beschäftigt ist und das macht wo er tut es nicht kümmert sich nicht drum eine ganz anderen stelle so bin ich jetzt schon wieder überladen klären wir mal einer eigentlich gar nicht so verletzt außer und trefferpunkte und ich kann mich nicht bewegen wo ich nichts aufgehoben habe komisch wieso kann ich nicht weglaufen es geht es ist mir unbegreiflich level ab da freue ich mich so die wichtigsten sachen erstmal fertig machen das hätten wir geschafft medizin könnte man noch ein bisschen lernen reparatur natürlich waffenlos brauche ich nicht da kam es erledigt sich von selbst nehmen wir immer diese grogner kräfte finden lernen wir einfach mal ein bisschen schleichen oder besser noch wir lernen feilschen genau machen wir das mal wieder einen feilschen ähm deep nee medikamentenresistenz actionboy menschen was öfters benutzen was ich nicht mache leichter tritt wenn natürlich interessant aber ich würde sie dann überhaupt komplett immer übersehen dass da minen waren würde mich aber auch extrem schützen das ist vielleicht gar nicht schlecht dann falle ich nicht ständig auseinander ihren ärmchen weg da ein beinchen weg und so ein blödsinn der hat doch irgendwo noch irgendwen oder irgendwas aufgemischt nach guter top mit oben dann gehe ich erst mal nach unten die tiefer umso besser noch mehr meyerlöpfe meyerlöpfleisch äh sie bemerken dass die gefriertruhe etwas kleiner als alle anderen ist bei näherer betrachtung finden sie heraus dass es an der rückseite ein geheimes fach gibt leider ist es verschlossen und sie können das schloss nicht knacken es muss eine schlüssel zum öffnen dieses schlosses geben wahrnehmung 5 erreicht ja der kuchen bleibt drin der ist nicht so prickelnd ich hätte sich auch in einen spaß mit denen gemacht wir haben wahrscheinlich hier die werkstatt nicht irgendwo nicht entdeckt ich glaube ja nicht dass sie ihre toten hierher bringen zum ausnehmen im schrank noch mehr meyerlöpfleisch das ist das einzig wertvolle was die haben ofen in flamme noch ein ofen nachher da war das bramensteak drin hier ist noch einer tot gebissen worden unser rock mit echt gut hingekriegt lagerraum da gehe ich später vielleicht noch mal hin ich habe mich jetzt aktuell extrem verlaufen gut 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 metros gemacht und dass ich stark erwischt hätte oder so im ersten schleichschuss ich komme jetzt durch den panzer machen wir dann anders ach doch nicht du sollst dich nicht immer auf alles draufsetzen wie soll ich denn meine arbeit machen vielleicht das brauche ich weniger und gleich brauche ich immer noch nicht und mit du bist echt manchmal ein schwieriger kandidat ach das ist die richtige tür quantum cola medics auf der rüstung auf der helm nein stelle ich nicht so an der zartmacher was ist das denn arm ist ein schöner großer hammer hier hätte ich auch umtrollt schlüssel sehr gut auch und wunderkleber nämlich mit der rest muss bleiben das kann sich in auch mal liegen die batterien wenn die eigentlich schön was wert sind da schreibtisch immer mal noch schnell das band an was wir jetzt gefunden haben und jetzt habe ich dann alles und jetzt pronto ok schau her er sieht so aus es sieht so aus ich brauche bessere handelswaren sonst kriege ich hier nie was vernünftiges bringen wir einfach so dass es das ja ich kann die wolke sehen ich kann die wolke sehen ich gehe jetzt in die bau ich versuche alles um reinzukommen meine nummer des passcodes war 7 richtig ok passwort 7 handelsvertrag ich ... deren folge als investor bezeichnet erkläre mich mit folgendem einverstanden genau das ist unser vertrag unterschrift sowieso karavan handelswege das heißt das sind so die wege diese immer ablaufen hat das etwas ungenau informationen über die kaufleute die wir unterstützen diagramm todeskrallenhandschuh jetzt um zehn prozent verbessert super diagramm rocket werfer stellen sie auf einem werkbank folgendes zusammen staub sogar laubgebläse lichtschlauch spritzdüse und elektrische leitung der rocket werfer ist zwar nicht gerade die treffsicherste der großen schussbacken aber sie haben munition solange der in der nähe abfall herum liegt stopfen sie einfach müll hinein und verwandeln sich in ein tötiges geschoss bedienungsanleitung für den terminal ich denke denkt daran habe mir das geheim versteckt ach so das hat mir am computer schon gelesen und hier haben wir noch ein geheim versteckt bei anachoworm anchoworm das geheim versteck ist unten in einer der gefriertruhen das ist rocket rocky work er ist rockys werk weiß ja wie der arbeitet vergiss den schlüssel nicht den brauchst du um das fach zu öffnen ja und das ding hatten wir schon entdeckt das ist super jetzt wissen wir wo wir hin müssen mit diesem schlüssel komm doch mit bei nächster gelegenheit werden wir das dann auch gleich ansteuern ich glaube wir haben hier alles wir können jetzt wieder zu diesem gefrierschrank laufen da will ich ja nicht hin muss ich auch gar nicht hin denn der gefrierschrank ist ja unten war das der hier? ne der war es nicht genau das hätte sich bemerkt war er nicht hier im lagerraum war es vielleicht war irgendwie nur eine treppe runter obwohl die treppe jetzt schon wieder ist genau hier um die ecke und du warst das grundkorken rezept meierlöckkuchen war kein Wunder dass sie so viele davon haben die haben ja tatsächlich ein rezept dazu rezept meierlöckkuchen ein eimer meierlöckfleisch zwölf eier verquirlen den laib brot alt und hart eine flasche mayonaise ein zweig einer buschigen pflanze trocken und zerbrochen drei handvoll salz öl für die pfanne die meierlöcks von den von den schalen befreien im eimer brot eier holz und mayo verrühren aber nicht zu sehr vermischen nach geschmack würzen und äh ja dann 25 bis 30 bladen formen ein halb bis dreiviertel zoll dick im gefriertruhe legen bis sie hart sind mit salz bestreuen die fladen in einem schweren äh pfanne in öl braten und einmal umdrehen bis beide seiten braun äh gebrannt sind das will jetzt hoffentlich keiner von mir der hieß das nachkoche äh äh das klingt gar nicht so lecker so hier unten war ich hatte ich glaube ich auch alles abgesucht ja genau da ging's der anderen stelle wieder hoch aber genau hier drüben ging es dann wieder hoch jetzt habe ich mich gerade erinnert wenn wir wieder in den lagerraum sehr schön haben wir auch das erledigt denkmalanlage war ich hier nicht schon mal reingegangen ne sieht nicht so aus kleine ruinierte bücher haben sie hier schick und ein terminal den ich versuchen kann zu hacken was haben wir denn hier also entweder bin ich ganz schlecht mit den augen was ich eigentlich des öfteren mal bin oder die haben nicht allzu viele von diesen bomben entfernen diesmal drin die haben auch nur drei ne doch drei worte also ist es nicht so wichtig 1 2 3 das ist schon perfekt aufheben was auch immer versperrt war das ist natürlich natürlich das safe und ich bin schon wieder überladen würde vielleicht nackt rauslaufen da kann ich mir mit nach hause schleppen so die beiden pistolen kann man reparieren und habe ich das gewicht schon wieder unterschritten der zartmacher ach nee den lasse ich hier der ist uninteressant wahrscheinlich ist jetzt auch nicht wirklich was zum lesen drin das ist eine kiste aber keine echte kiste da hinten gibt es noch einen schrank den möchte ich auch noch mal kurz durchschauen alles klar der war mich da nicht runter ich habe irgendwie das gefühl ich würde dann in ein westen nest stoßen alles mit hm ich habe mich auch noch nicht abgesucht den mülleimer ja doch mit was auch immer wir jetzt noch machen sollen das werden wir erst in der nächsten folge sehen bis dahin gute nacht da draußen was immer ihr sein mögt bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.